Frau Merkel hat im Gewissen der Menschheit gehandelt und einen Schritt von historischer Bedeutung gemacht. Wenn man in 10, 20 Jahren zurückschaue, dann werde man sich daran erinnern, dass Deutschland so viele muslimische Menschenleben gerettet habe. Steinigung in Deutschland, unvorstellbar. Jetzt spricht aber selbst die Polizei genau davon. Arabisch sprechende junge Männer rasten völlig aus, als sie merken, dass es sich um zwei Transsexuelle handelt, die sie da ansprachen. Nur die Polizei konnte stoppen, was die beiden Opfer bis heute völlig unter Schock setzt. Mit uns haben sie heute erstmals darüber gesprochen. Aus Angst wollen sie nicht erkannt werden. Das jedes Mal kommt mir dieser Film wieder hoch und dann fange ich schon wieder zu heulen. Innerhalb von Sekunden wurden wir da rumgeschleudert. Dann habe ich verstanden, was sie gesagt haben, euch holen müsste man steinigen. Und das haben die dann auch gemacht. Dann haben sie sich aus diesem Steinbeet auf der Ecke Steine genommen und nach uns geschmissen. Dann war es, also da war ich komplett fertig. Jasmin und Elisa aus Dortmund sind immer noch traumatisiert. Die Transsexuellen wurden von drei Jugendlichen beleidigt, attackiert und gesteinigt. Und das nur, weil Jamal und Gordon, wie sie früher hießen, jetzt Frauen sind. Die haben uns aber vorher angemacht. Und das ist bei denen ja so, okay, die sind ja Männer dann in dem Moment gewesen. Und die waren in ihrer Ehre gekränkt dann auch. Und deswegen sind die ausgerastet richtig da. Wer weiß, was mit Jasmin und Elisa passiert wäre, wenn nicht zufällig eine Polizeistreife vorbeigekommen wäre. Bis zu diesem Moment ist dann glücklicherweise ein Streifenteam da dieser Situation gewahr geworden und hat dann konsequent eingegriffen. Die drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden. Die drei nordafrikanischen Jugendlichen sind der Polizei bereits bekannt. Schon mehrfach wegen Körperverletzung und Diebstahl verhaftet worden. Aber die versuchte Steinigung ist auch für die Dortmunder Polizei eine neue Dimension. Fakt ist, dass die Täter das tatsächlich so gesagt haben. Die haben ausgesagt, so die Zeugen, querstrich Geschädigten, dass man solche Personen, in Anführungsstrichen, steinigen müsse. Und insofern gehen wir davon aus, dass sie das tatsächlich wollten. Sonst hätten sie ja nicht zu den Steinen gegriffen. Jasmin lebt schon seit 30 Jahren als Frau. Jetzt, zum ersten Mal, fühlt sie sich in ihrer Haut nicht mehr sicher. Sofort nach der Attacke hat sie eine Überwachungskamera an ihrer Haustür anbringen lassen. Das ist bavarisch, was sie gemacht haben. Das war bavaren. Tut mir leid. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich jetzt erlebt. In 2016. Das war in Deutschland mit Stahlen. Das ist die Kronung. Die beiden Frauen trauen sich auch fünf Tage nach dem Angriff immer noch nicht vor die Tür. Zu groß ist der Schock darüber, tatsächlich Opfer einer versuchten Steinigung geworden zu sein. Das zu verarbeiten und sich endlich wieder als Transsexuelle sicher zu fühlen, wird wohl noch lange dauern. In unserer Sendung Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Vor zwei Wochen hat uns Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden im Land, gesagt, dass er mittlerweile häufiger ohne seine Kipper dieser jüdischen Kopfbedeckung aus dem Haus gehen würde, aus Angst vor möglichen Übergriffen. Und jetzt am Wochenende ist ein Jude auf Fehmarn Opfer eines Überfalls geworden. Hier im Fährhafen von Puttgarden passierte es. Der 49 Jahre alte Mann wollte vermutlich mit einer Fähre nach Dänemark. Er saß in einem der Warteräume. Mit ihm im Raum ein 30 Jahre alter Syrer und ein 19-jähriger Afghaner. Nach Polizeiangaben beschimpften die beiden Männer ihn zunächst auf Arabisch als Jude. Dann hätten sie ihn zu Boden gerissen und ausgeraubt. Den beiden Asylbewerbern sei zuvor die Einreise nach Dänemark verweigert worden. Deshalb hätten sie auf einen Zug zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung Neumünster gewartet, wo sie später auch festgenommen wurden. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen. Später seien sie allerdings wieder unter Meldeauflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Weder Staatsanwaltschaft noch Polizei wollten sich heute vor unserer Kamera zu den Geschehnissen am Sonnabend in Puttgarden äußern. Wie mir der ermittelnde Oberstaatsanwalt am Telefon sagte, wolle man noch einige Aussagen genau überprüfen, bevor man dann weitere Einzelheiten bekannt geben kann. Große braune Kulleraugen, die, man sieht es schon, voller Zuversicht und Tatenbrang in die Welt blicken. Genau wie die Frau, deren Namen das kleine Mädchen aus Ghana trägt, Angela Merkel. Mutter Ophelia wollte es so. Sie verehrt die deutsche Bundeskanzlerin. Ich bin ihr so dankbar, dass ich mit meinen drei Kindern in Deutschland so gut leben kann. Sechs Monate ist die kleine Angela Merkel alt und jetzt schauen Sie mal diese Geste. Ist die nicht schon ganz groß? Lässt das nicht schon Führungsqualitäten erkennen, die man so braucht in der Welt? Muss Mutter Ophelia auch gedacht haben, der Lebensplan für die Kleine jedenfalls geht schon in eine konkrete Richtung. Ich mag Angela Merkel sehr. Und vielleicht wird meine Angela mal selbst Kanzlerin. Sie ist ein braves Baby. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Im Moment lebt die kleine Angela Merkel mit ihren zwei Geschwistern im Oststadtkrankenhaus in Hannover. Tja, und wenn jemand die Patenschaft der Kanzlerin verdient hat, dann doch wohl die kleine Angela Merkel mit den großen staunenden Augen. Was nicht geht ist, dass Frau Merkel sich für die Einladung von über einer Million Flüchtlinge aus dem arabischen Raum feiern lässt, erklärt, wir schaffen das und dann die CDU sich verabschiedet aus der Verantwortung für eine nachhaltige Integration. Was nicht geht ist, dass Frau Merkel sich für die Einladung von über einer Million Flüchtlinge aus dem arabischen Raum feiern lässt. Auch Anne F. wird in dieser Nacht zum Opfer. Auf der Reeperbahn wird sie plötzlich in eine gewaltbereite Männergruppe hineingedrängt. Ich habe die ersten Hände an meinem Hintern gemerkt, habe gemerkt, dass die ersten Leute anfingen, mein Kleid festzuhalten und daran rumzuzuppeln. Dann habe ich, ja, reflexartig nach hinten gegriffen, gesagt, dass ich das nicht will, dass sie mal ihre Hände von mir nehmen sollen. Und dann habe ich gemerkt, dass es wirklich immer mehr wurde. Dann habe ich die ersten Hände unter meinem Kleid gemerkt, habe mein Kleid festgehalten, immer weiter runtergezogen und irgendwie, ja, probiert mich zu wehren oder das abzuwehren, was aber nicht möglich war, weil die Hände um meinen Körper rum einfach immer mehr wurden. Und dann kommt auch der Moment, wo ich gemerkt habe, meine Strumpfose ist zerrissen. Dann habe ich das Geräusch gehört, wie mein Slip zerrissen wurde. Zur Tatzeit wurden beide Geschädigten durch eine Gruppe von 100 Personen eingekesselt und massiv attackiert. Es wurde mehrfach versucht, die Hosen der Geschädigten zu öffnen und es wurde in den Intimbereich und an die Brüste gegriffen. Durch Schläge, an den Haaren ziehen und schubsen wurde versucht, die Geschädigten zu trennen und zu Fall zu bringen. Im Visier der Fahnder? Issam D., angeblich 16 Jahre, gebürtiger Marokkaner. Bei ihm soll ein Handy mit Videos der Übergriffe auf Frauen sichergestellt worden sein. Am Freitagnachmittag ist er noch in Untersuchungshaft. Reden will hier keiner über Issam. Probleme gibt es schon genug. Bei Issam D. wurden nicht nur Videos von den Übergriffen gefunden, sondern auch dieser gelbe Zettel, voll mit Drohungen und Anleitungen zur Gewalt. Zitat Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Ich will fucken. Ich töte sie ficken. An Yachmet H. auf dem Weg zur Anklagebank. Er war knapp drei Monate nach der Tat festgenommen worden. Sein Haftbefehl wurde aber vom Amtsgericht außer Vollzug gesetzt. Gemeinsam mit Mafut Ismail G., der bis heute in Untersuchungshaft sitzt, soll er eine junge Mutter überfallen haben. Nachmittags gegen halb vier sollen die Tatverdächtigen hier auf Julia M. getroffen sein, die ihr Baby im Kinderwagen ausfährt. Beide sollen die Frau geschlagen, ihre Geldbörse mit 100 Euro, ihr Handy und eine Babytrinkflasche geraubt haben. Die Geschädigte habe sich laut Polizei zur nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft begeben, weil sie die Angreifer dort vermutete. Von dem geraubten Geld haben sich die Tatverdächtigen an der Tankstelle Whisky, Bier und Zigaretten gekauft. Die Idee zum Überfall hätten beide gehabt, sie seien betrunken gewesen, erklärt Mafut Ismail G. Baden verboten, heißt es ab sofort hier im Bornheimer Freizeithallenbad für alle männlichen Flüchtlinge ab 18 Jahren. Bisher bekamen sie einen vergünstigten Tarif, jetzt wird ihnen nach Vorlage des Ausweises der Zutritt verweigert. Für die Stadt eine logische Konsequenz. Mehrfach sollen Männer aus einer nahen Asylbewerberunterkunft Frauen belästigt haben. Wirbel um den Kölner Imam Abu Yusuf. Der Prediger aus dem Stadtbezirk Kalk sagte, viele Frauen seien selbst schuld an den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht. Der islamische Geistliche hatte einem russischen Fernsehsender wörtlich erklärt, wenn Frauen halbnackt und parfümiert herumlaufen, passieren eben solche Dinge. Schwere Vorwürfe gegen Flüchtlinge erhebt die sächsische Stadt Zwickau. In einem Schwimmbad sollen Asylbewerber Frauen belästigt und versucht haben in die Umkleiden einzudringen. In einem anderen Bad onanierte ein Flüchtling angeblich im Whirlpool und fotografierte sich dabei. Gegen zwei Verdächtige wird jetzt ermittelt. In Zwickau werden derzeit Vorwürfe geprüft, wonach Flüchtlinge in Hallenbädern andere Besucher belästigt haben sollen. Wie aus einem internen Rathausschreiben hervorgeht, hatten Männer ausländischer Herkunft offenbar versucht, in Damenumkleidekabinen einzudringen, konnten aber daran gehindert werden. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass ein Mann in einen Whirlpool onaniert haben soll. Ein anderer habe seine Notdurft in einem Leerschwimmbecken verrichtet. Und Asylbewerber sollen nun laut Stadtverwaltung über die Benutzerordnung öffentlicher Bäder, aber eben auch über das Verhalten gegenüber Frauen und Mädchen in Badebekleidung aufgeklärt werden. Frau Auslöben im neunten Monat schwanger, soll Anfang der Woche angegriffen worden sein von mindestens sechs Männern, die sie unsittlich berührt und herumgestoßen hätten. Dieser Vorfall wurde über soziale Netzwerke bekannt. Seit heute wissen wir, dass es bei der Polizei nun auch eine Anzeige gibt. Isman Alboa. Hier in der Nähe der Seniorenresidenz in Lübben soll es zu dem sexuellen Übergriff auf das 18-jährige hochschwangere Opfer gekommen sein. Laut Auskunft der Cottbusser Polizei sucht ein zwölfköpfiges Ermittlerteam seit gestern rund um den Tatort in Lübben nach Zeugen. Bislang ohne Erfolg. Die junge Frau, eine hochschwangere 18-Jährige, erschien gestern in Lübben auf der Polizeiwache und hat Anzeige erstattet wegen einer sexuellen Belästigung, die von mehreren jungen Männern verübt wurde. Sie sprach von sechs jungen Männern, die sie umringt haben, nach dem äußeren Anschein aller arabischer Herkunft bzw. nordafrikanischer Herkunft. Über eine besonders schwere Vergewaltigung hat das Landgericht Dresden einen 31-jährigen Mann zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen September eine Frau in Dresden überfallen und sexuell missbraucht hat. Er hatte die Frau mitten am Tag an dieser Brücke mit einer Glasscherbe bedroht und dort in ein Gewüsch gezählt. Wenn die Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit hinkommt, da menschelt es gewaltig. Die Aussicht auf lange Wartezeiten scheinen die Flüchtlinge vor Ort zumindest für einen Moment zu vergessen. Viele wollen nur eins, ein Selfie mit Angela Merkel. Ich habe sie in Syrien im Fernsehen gesehen. Für mich ist es ein Traum, ein Foto mit ihr zu machen. Wir müssen es schaffen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Wir stellen uns erst mal vor, dass wir das schaffen werden und dann kann man das auch schaffen. Und das können wir auch mit mir schaffen wollen. Stellen Sie sich mal vor, wir schaffen es nicht, dass man es schafft. Das hat ja keinen Sinn, denn man kann mit Willen sehr, sehr viel schaffen. Und wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Das liegt in unserer Macht, aber ich sage auch, es ist eine schwierige Aufgabe, eine außergewöhnliche Situation, eine historische Bewährungsprobe. Das dauert länger. Dazu brauchen wir politische Mehrheiten. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das. Alle Berliner Notunterkünfte sind inzwischen voll. Das Amt verteilt deshalb Gutscheine für Hotels. Doch dieser Mann aus dem Irak hat seine Unterkunft angeblich nicht gefunden. Wenn du etwas von Deutschland brauchst, egal was, musst du nicht so rumschreien. Muss ja nicht jeder dein Problem mithören. Ich möchte zum Hotel. Bringt mich da hin. Bestellt für mich ein Taxi und gebt dem Fahrer die Adresse. Er weiß dann, wohin er mich fahren muss. Dann bin ich wieder weg. Du bist aus dem Irak nach Deutschland gefahren und bist angekommen. Ich war auch in Norwegen und da war alles gut. Und jetzt in Deutschland sowas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich liebe dich, ich liebe dich Ich liebe dich, ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Oh, mein amor